Ich muss mich erlangen. Ja, müssen wir. Das wird weg, deswegen geht's ja kurzer Schritt. Oh, was bin ich denn hier? Nichts. Na gut, ich muss da an der anderen Seite hoch. Ich muss da was. Ja, ich muss den Abschluss. 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 Ja, ich muss den Abschluss pleasure. Ich muss den Abschluss. Ja, ich muss den Abschluss. Oh, das klingt, als würde ich sie hier benutzen sollen. Irgendwann ist noch mehr als... Moment. Ich erinnere mich an etwas. Toranstellungen. So leise ist der Master Sound jetzt. Ich hoffe, ich bin jetzt deutlich hörbar. Gehen wir mal zu viel. Ja, die kann man auch gut benutzen. Ich denke, jetzt hätte der Gegner fallen. Oh, ich habe voller Schrocken mit der Position. Ich wette, Demunition war der Trigger dafür. Weil es geht auch mit dem Editor von diesem Spiel, dass man Objekte als Trigger einstellt. Zum Beispiel die Munition, die man aussahmelt. Man kann sogar Sachen als Trigger einstellen, mit denen man irgendwie interagieren kann. Das macht dann aber wenig Sinn. Wie sich sicher wieder denken kann. Klar. Das ist ja nicht so, dass Blut immer größer werden würde. Ich bin so ein Distanzzustand selber auf den Gegner. Das ist ja nicht so, dass Blut immer größer werden würde. Ich bin so, dass Blut immer größer werden würde. Ja, das Klairskelet hat mich eben verfehlt, weil es einfach nur über mich hinweggesprungen ist. Da ich den Format zu explodieren gebracht habe. Da wurde das Klairskelet in die Höhe gesternet und es über mich hinweggesprungen. Ist auch nicht schlecht. Das werden irgendwie nicht weniger. Ne, mit ihren Ketten, die Bäume sind da. Haha. Das werde ich schnell stechertes. Das ist gut. Spyfer, ooooh. Scheiße, Alter. Das wäre nicht gerade witzig. Das so. Das würde ich nicht unbedingt als Eindruck schreiben, dass sie danach leben würde. Weil ich nicht mehr nicht mehr veräppeln würde. Die haben dann schon richtig. Die haben dann noch keine Chance. Das macht so einen riesen, mecheln, kleinen Raum. Ich will das nicht mehr veräppeln. Das sieht irgendwie scheiße aus. Nein! Alter! Es geht ja mal gar nicht klar, was in dem Ort los geht. Aua. Da hat mich der Marschut erwischt. 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 Da hat mich erinnert. Das war's für heute. Und dann werde ich getroffen. Das läuft alles nur suboptimal. Oh, komm! So, jetzt nochmal gespeichert. Ja, da darf ich nicht treffen. Ja, da darf ich nicht treffen. Boah, endlich. Ich muss mich ja irgendwie langsam voran speichern. Nichts anlässlich hinbekommen. Ob ich nicht gut genug bin oder das Ganze ist so schwer. Es ist hier gerade respawned. Ja, der Ganatwerfer und... Okay. 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 Ich glaube, das wird doch eigentlich schon mal in der Spale. Ey, was soll das denn? So, ich brauch von langsam leben, leben. Das dürfte dem ein oder anderen schon aufgefallen sein. Gut, und was für eine Fälle lockst du mich jetzt? Okay, ich danke für die Leben. Ah, cool. Ich bin sehr nett, boll. Na, 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 na. Ich werde das nicht mehr weg. Ah, nein, 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 nein. Ah, nein, 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 nein. Geht mir etwas präziser. Oh mein Gott. So. Natürlich kommen die nicht aus dem Loch. Nein, die spawnen nicht in der Luft. Was ist das eigentlich auch ein bisschen guter. Ja, man kann hier so einen Rocketjob machen. Der kostet immer noch... Ich darf nur noch mal wieder leben. Und den hätte ich machen können, um mir die hier rauszukommen. Autsch. Ja, der kostet einem genau 50 Leben immer. Ähm, also wirklich. Shit, das können wir jetzt noch richtig hier holen. Ich würde es vielleicht. Es wäre nicht wenig Marschen da. Ja. 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 Gut, vielleicht schärfe ich den RocketJong jetzt schon beim ersten Mal. Hä? Was ist denn hier los? Komm mal der Deiter-Axt. Seit wann kla... Also in der HD-Version ist der RocketJong irgendwie nicht mehr so viel mehr. Oh ne... Ich... ja... es... ich... es hat doch eben geklappt. Hier muss man sch... hm... So, jetzt muss ich um... Wie lange ich noch gar nicht mehr stecken. Ehh... Na ja, ja. So. Das ist jetzt nicht mehr gesehen. Sowon gleich zwei Minuten mache ich ihm hier. O-O-O-O-O. So, jetzt war es Noch mal das Zweifel! So, jetzt musst du mal aufhören und wissen, Das war es mir ein Ding aus. Ne, Dann fass mich auf Das ist gerade mit dem Zürich in der Wettbewerse. Das ist gerade mit dem Zürich in der Wettbewerse. Das ist wohl eine gute Möglichkeit, diesen Boss zu besiegen. So, wir machen weiter an. So, wir machen weiter an.